aus aktuellem anlass gerade noch ein hinweis mini tipp gedönse für morgen und zwar wer mal aufs datum guckt wir haben morgen den 20.03.2015 und das heißt dann sonnenfinsternis ja 80 prozent oder so glaube ich in unseren breitengraden ist ein relativ seltenes erlebnis richtig ja was macht man mit seltenen erlebnissen na das übliche man packt die kamera aus aber vorsicht denn ja wir reden hier von der sonne und objektiv wenn ihr euch das einfach mal anschaut ja das ist im prinzip nichts anderes als ein fernrohr oder eine lupe sozusagen denn da nimmt ihr das bild was vorne auf einer großen fläche rein kommt und verkleinert auf den kleinen sensor ja wenn er das objektiv länger mit so einer kamera in die sonne halt haltet ja nicht gut je nachdem was für eine kamera habt das hier ist jetzt eine spiegelreflex das heißt standardmäßig fällt das licht nirgendwo drauf sondern geht mehr oder weniger durch und kommt hier oben wieder raus hat allerdings zwei einschränkungen zum einen wenn sie oben wieder raus kommt da ist euer auge ist keine sehr gute idee und zum zweiten hier zwischendrin sitzt die sogenannte matscheibe das ist dann ja wie der name schon sagt matte scheibe wo das bild drauf projiziert wird so dass die einblendungen gemacht werden können das heißt fokuspunkte die informationen am unteren bildrand und ja die würde auf jeden fall schaden nehmen wenn eine systemkamera habt oder so eine kleine pocket gedönse mini digital kamera dann fällt das licht üblicherweise direkt auf den bild sensor und das genau dasselbe problem dieser bild sensor bekommt diese komplette sonne ab die hitze bildet sich da drin und ja im prinzip schmilzt euch der sensor in der kamera weg ist natürlich nicht der fall wenn man nur mal kurz hoch hält dann das geht in den meisten fällen noch gut aber ja wenn ihr irgendwie stabil nach oben haltet um irgendwie scharf zu stellen oder ihr wollt irgendwie zeitraffer oder sowas machen keine gute idee lasst eure kamera ganz zeigt sie nicht nach oben jo was nu erst mal neuen akku für meine kamera würde ich sagen so also jetzt haben wir natürlich ein problem denn wie schützen wir jetzt unsere kamera für die augen ist das relativ klar da gibt es so fertige brillen und ja für die kamera natürlich auch das heißt wenn ihr es richtig machen wollt ganz schnell morgen früh noch in laden es gibt solche schönen filter für vorne drauf zu schrauben die meisten objektive haben ja ein filter gewinne und ja den schraubt er einfach rein der dunkel das ganze ab und dann könnt ihr relativ gut damit arbeiten aus sicherheitsgründen würde ich trotzdem nicht den optischen sucher benutzen sondern wenn eure kamera das hat live view also display dann seid auf der sicheren seite mit euren augen selbst wenn mit dem filter aus schief geht im zweifelsfall ist es nur eure kamera andere möglichkeit die es gibt ich glaube vom netz welt oder irgendwas werde ich unten auf jeden fall verlinken die haben ein kleines tutorial gemacht wie man mit so astro folie die es im laden gibt entsprechend sich mit ein bisschen pappe einen aufsetzer für vorne ans objektiv dran basteln kann problem ja ladenöffnungszeit vorbei jetzt habe ich natürlich ein ziemlich großes problem weil ich habe kein adapter ich habe keine folie und ja ist abend ich habe keine sonne mehr zum testen das heißt alles was ich jetzt mache ist ja hoffentlich funktioniert das wenn einer von euch sowas nachbaut eigenes risiko ich werde hier auf jeden fall eine alte eos verwenden da ist es nicht ganz so tragisch wenn da was passiert irgendwo ein altes objektiv her ausgraben und ja das objektiv muss quasi irgendwie abgedunkelt werden dass es nicht reinkommt wer so astro folie schon mal gesehen hat das ist im prinzip wie eine alufolie das heißt relativ dünne folie relativ glänzend aber sie ist halt noch ein bisschen durchlässig so dass man die sonne sieht glänzende folie wo hat man das schon mal gesehen alufolie aus der küche ja aber die lässt meines wissens nichts durch ist ja alu besser wäre natürlich irgend so ein komisch glänzendes plastik ja ich arbeite im nativbereich von daher sehe ich die folien sehr häufig nämlich bei der verpackung von elektrogeräten ja ich habe mal durchgeschaut und ja am meisten leider die folie hier das ist so esd verpackungsfolie gedönse aber wie man sehen kann muster schrott wenn man sich allerdings weiter umguckt dann findet man dann doch irgendwie so was in diese richtung das sieht doch schon mal gut aus und ja sache die meisten davon einfach mal licht holen blendet so einfach mal ein bisschen licht und hier kann man schon relativ gut sehen wenn ich das hier dahinter halte die ist mehr oder weniger durchsichtig selbst wenn ich dahinter leuchte das ist ohne problem zu sehen das heißt die ist für ein eimer auch hier die kann man durch gucken also nee 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 alles irgendwie nix ja ich wollte schon aufgeben aber dann bin ich auch einer anderen stelle gelandet nämlich dieser pack hier das ist ein moisture barrier bag mit esd da drin werden festplatten verpackt wenn wir hier mal dahinter leuchten so hohe helligkeit mit dahinter leuchten nix und wenn wir direkt drauf leuchten also ich sehe da nix durchscheinen hier etwa das sieht doch schon mal gut aus naja ich bin dann noch ein bisschen weiter gegangen weil die taschenlampart natürlich nicht ganz die helligkeit nehmen wir mal das ding hier das ist der übliche laser pointer und wenn wir den hier dahinter halten seht ihr den punkt ich sehe nicht also außer wenn ich irgendwo hin reflektiere aber auch wenn ich mal das licht ausmache man sieht die reflektion aber wenn ich im bereich bin von der folie sieht man nichts genau so soll das sein die sache ist ja wie ich schon gesagt ich habe leider keine sonne mehr zum testen das heißt ich bin mir nicht sicher wie stark abdunkeln ich kann meine idee ist jetzt das ist ja jetzt quasi zweilagig weil das eine tasche ist dass ich nur eine lage wahrscheinlich verwende denn hier ist was ab gerade mal hier auf einlagig reduzieren hier mal eine holen und mit der taschenlampe wieder anrücken so und da dahinter leuchten da sehen wir schon ganz knapp können wir da mit der taschenlampe was erkennen und das wundert mich gerade weil mit dem auge konnte ich es nicht erkennen die kamera wohl etwas empfindlicher und mit dem laser pointer wenn wir da dahinter machen ja gut ist natürlich jetzt schwer zu sehen durch die reflektion machen wir das licht aus dann na doch da sieht man den kleinen punkt wann dann ja also da scheint noch ein bisschen was durch und ja das ist dann mein sonnenfilter redneck style bisschen aufpassen ihr habt eben eventuell gesehen hier oben ist schon so verknittert in den ritzen sind teilweise lücken drin und da ist die die beschichtung weg die natürlich nicht vor die linse setzen das wäre übel da kommt die sonne ungehindert rein und den rest ich baue es mal zusammen und dann gucken wir mal ich werde wahrscheinlich trotzdem die einfache holen einfach weil das hier ein weitwinkel ist das ist nicht ganz so schlimm ich habe nicht direkt die sonne überall da drin und ja mit einer kriege ich wahrscheinlich eher noch halbwegs etwas hin wo man die sonne noch erahnen kann und ja ich werde noch eine von den folien resten mitnehmen und dann versuchen entsprechend mit der kamera selber da was zu machen die zweite kamera die alte werde ich hier fix stehen lassen für eine langzeit also nicht langzeitbelichtung für eine zeitraffer natürlich mit folie außenrum alles was schwarz ist auch abdecken weil ja nur wenn ich nur das objektiv mache ja die kamera hinten durch das schwarze heizt sich natürlich auch entsprechend aus auf und ja ob sie es überlebt das hört ihr dann irgendwann morgen oder am wochenende vielleicht wenn ich groß am fluchen bin hat es nicht überlebt wie gesagt ist halt nur mal eine idee mal gucken was rauskommt oder am wochenende die 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 Vielen Dank.